Hey, ich hoffe, ich kann dir heute wieder beim Entspannen helfen mit einer neuen, spannenden Geschichte aus dem wundervollen Harry-Potter-Universum. Lass mich gerne durch ein Herz in den Kommentaren wissen, dass dir die Geschichte gefällt und schau, wenn du magst, bei meinen Social-Media-Kanälen vorbei. Den Kanal und mich kannst du über Paypal, Amazon oder durch deine Mitgliedschaft unterstützen. Hier hast du tolle Vorteile und noch mehr Geschichten. Ich danke dir riesig und wünsche dir ganz viel Spaß mit der neuen Folge Lumos. Under the Surface Die Geschichte beginnt mit dem Ende einer Alten. Es ist dieser eine Moment im Leben, den jeder kennt. Der Moment, in dem man sich fragt, wer man ist, was man sein will, wie die Zukunft aussehen soll. Der Moment, in dem man alles in Frage stellt. Der, in dem man sein bisheriges Leben reflektiert und erkennt, was man eigentlich wollte und nicht hat. Der Moment, dieser eine Augenblick, in dem man sich umentscheidet und sein Leben selbst in die Hand nimmt. Dieser kurze Atemzug, in dem sich alles ändert. Dieser Moment, in dem die so bekannten Augen von jemandem so fremd erscheinen und eine andere Person aus dieser machen. Genau in dieser Situation bin ich. Ich muss das jetzt alles erleben und mich entscheiden. Ich sehe alles vor meinem inneren Auge. Ich sehe, wie mein Leben von Fremden bestimmt wurde, noch bevor ich überhaupt geboren wurde. Wie meine Hoffnung und mein Glauben Jahr für Jahr mehr gebrochen wurden, wie sie kaum noch vorhanden waren. Ich spüre die Schmerzen, das Leid, alles der letzten Jahre so deutlich wie nie. Ich kann es spüren. Ich kann es sehen. Ich kann es hören. Doch all dies scheint einfach nicht genug zu sein. Das letzte Stück wurde gebrochen. Mein Herz ist zersplittert in aber tausend Teile. Nicht mehr zu reparieren. Ein irreparabler Schaden. Aber jetzt. Jetzt habe ich es in der Hand. Ich könnte es genau jetzt beenden. Alles. Sirius ist tot. Meine letzte Hoffnung wurde mir entrissen. All die Jahre habe ich weitergekämpft, nur um wieder zu fallen, tiefer zu fallen. Ich bin aufgestanden. Aber damit ist jetzt Schluss. Von nun an beginnt eine neue Geschichte. Und meine alte endet. Genau hier und jetzt. Von heute an werden meine Augen nicht mehr wiedererkennbar sein. Und sie beginnt mit meiner Rache an Bellatrix, gefolgt von Voldemort. Zu lange haben Fremde mein Leben bestimmt. Doch das ist jetzt vorbei. Nun werde ich bestimmen und es beenden. Ich war wach. Und gleichzeitig hatte ich meine Augen immer geschlossen. Habe blind jedem vertraut und bin den Weg gegangen, den man mir vorgeschrieben hat. Habe niemanden hinterfragt. Bin ihren Worten gefolgt und habe gemacht, was man wollte. Ich habe geopfert, ohne jemals etwas dafür zu verlangen. Doch nun sind meine Augen nicht mehr verschlossen. Sie sind weit offen, sehen alles, was vor mir liegt. Ich sehe nun schärfer als jemals zuvor. Der endgültige Schmerz hat mir die Wahrheit gezeigt. Ich war bisher nur ein Werkzeug, eine Schachfigur. Eine willenlose Puppe, die von einer Gefahr in die nächste geworfen wurde. Doch jetzt nicht mehr. Jetzt werde ich es beenden und die Ketten an meinen Händen sprengen. Sie werden reißen. Ich werde meine Flügel ausbreiten und alles und jeden niederreißen, die mich leiden ließen. Mit gezücktem Zauberstab stehe ich über der Mörderin. Schaue mit hartem Gesicht auf sie nieder, setze all meinen Hass in meinen Blick. Ich spüre, wie die Kraft durch meine Adern fließt, wie sie in mir pulsiert, wie sie auffällt, sich erhebt. Sie wird leiden, furchtbar leiden. Zu viele Menschen mussten unter dieser verrückten Leiden, mussten wegen ihr Verluste hinnehmen und trauern. Warum also sollte es ihr nicht auch so gehen? Was wäre falsch daran, ihr einen Geschmack von ihrer eigenen Medizin zu geben, sie in die Rolle des Opfers zu drängen, all ihre Opfer zu rächen? Wäre es nicht eigentlich richtig? Entschlossen schaue ich auf die vor Angst wimmernde Frau hinunter, blicke direkt in ihre verrückten Augen, die mich ängstlich und vorsichtig betrachten. Angst. Hast du etwa Angst davor, dass man dir das antut, was du deinen Opfern angetan hast? Frage ich und hätte mich fast selbst über den Klang meiner Stimme erschrocken, die so kalt und fremd klingt, als würde sie jemand anderem gehören. Vor einem Halbblut habe ich keine Angst, zischt die am Boden liegende Frau, doch das leichte Zittern ihrer Stimme verrät sie, zeigt ihre wahre Gemütslage. Wirklich? Dann sollten wir das doch ändern und ein wenig spielen. Noch bevor sie meine Worte realisieren kann, spreche ich den Folterfluch aus und ziele direkt auf die Frau vor mir. Und es funktioniert. Der Zauber verfehlt seine Wirkung nicht. Der rote Strahl löst sich aus meinem Zauberstab und trifft zischend auf die Frau. Kurz zeichnet sich Schock auf ihrem Gesicht, als sie sieht, dass ich den Zauber wieder gegen sie wende und er dieses Mal auch seine Wirkung entfaltet. Nur eine Sekunde, ein kleiner Augenblick und der Schock auf ihrem Gesicht wandelt sich in eine schmerzverzarrte Maske. Ein kleiner Augenblick, nur ein Wimpernschlag und der zerreißende Schmerz, der mir selbst so vertraut ist, breitet sich in der dunklen Hexe aus. Nur ein kurzer Zeitpunkt und ihr Gekreische zerreißt die Stille des Atriums. Sollte es mich schockieren, dass es mich erfreut? Sollte ich erschrocken sein, dass ich mich an ihrem offensichtlichen Leid ergötze? Sollte es mich nicht ängstigen, dass ich es genieße und sie dem Erdboden gleich machen will? Aber das tut es nicht. Ich will sie leiden sehen, will sie bestrafen, will endlich etwas tun, was keiner erwartet, will all das Leid beenden und endlich Rache bekommen. Ein leichtes Grinsen legt sich auf mein sonst so versteinertes Gesicht, während ich die schreiende und sich auf dem Boden windende Frau betrachte. Laut schreit sie ihr Leid hinaus, bettelt. Tut es etwa weh, frage ich gespielt mitleidig, doch der harte Ausdruck auf meinem Gesicht bleibt. Soll ich etwa nicht weitermachen? Wäre es nicht schön zu sehen, wie lange du durchhältst, bis dein nicht sehr ausgeprägter Verstand nur noch Grütze ist? Konzentriert lege ich noch mehr Hass und Kraft in den Zauber, sofort schreit sie noch lauter. Harry, ertönt die schockierte Stimme von Remus, der mich schockiert mustert, während meine Freunde und die anderen Ordensmitglieder im Atrium auftauchen und alle ihre geschockten Blicke auf mich und die gequälte Hexe richten. Oh, ihr kommt genau rechtzeitig, sage ich mit fester Stimme. Ich hoffe, ihr genießt die Schau. Ihr könnt sehen, wie ich die liebe Bellatrix nun ihrem Schicksal zeige. Geschocktes Einatmen ist zu hören, als Remus einen zittrigen Schritt auf mich zumacht. Doch schnell reagiere ich und ziehe einfach einen Schutzschild um mich und Bellatrix. Keine Ahnung, woher diese Kraft in mir kommt, doch ich genieße diese Macht, genieße es, meinen Zorn endlich loszuwerden. Verzweifelt muss Remus vor dem Schutzschild zum Stehen kommen, sie zu mir mit seinen traurigen Augen. Ich tue das für serious, erkläre ich auf seinen Blick, habe kurz das Bedürfnis, mich zu erklären, während ich die Frau weiter foltre. Nun tritt auch Neville einige Schritte näher und schaut mit leerem Blick zu der schreienden Hexe. Schnell heftet sich mein Blick an Neville's. Sie wird dafür büßen, was sie deinen Eltern angetan hat. Sie wird für alles büßen. Sie wird leiden. Und niemals, niemals wird sie es mehr schaffen, jemanden zu verletzen. Sie wird nie mehr Familien auseinanderreißen. Mit Abscheu wandert mein Blick abermals hinunter. Nun, schon seit einigen Minuten dem Cruciatus ausgeliefert, wimmert die Hexe nur noch leise, windet sich kaum noch. Ein kleines Rinnsal an Blut fließt aus ihrer Nase und ihrem Mund. Mit einem kalten Lächeln schaue ich zu ihr und beende den Fluch. Laut, aber dennoch stockend holt sie Luft, versucht es zumindest, doch sofort setzen Hustenkrämpfe ein, ein wenig Blut wird von ihr ausgespuckt. Ansonsten bleibt die Hexe regungslos, versucht nur, genug Luft zu bekommen. Voller Genugtuung verringere ich die Distanz zwischen uns und knie mich neben der Hexe hin, greife grob nach ihrem Haarschopf und ziehe ihren Kopf auf meine Augenhöhe. Ihre sonst so verrückten Augen scheinen nun leer zu sein. Willenlos starrt sie mir entgegen, doch ihr Blick wirkt so weit weg. Wirkt so, als wäre sie nicht bei sich. Nur einmal habe ich diesen Blick bisher gesehen. Bei Nevels Eltern, die Opfer von Bellatrix. Sollte ich nicht erschrocken darüber sein, was ich angerichtet habe? Dass ich kein Stück besser war als dieses Monster? Sollte ich mich nicht schämen? Sollte ich keine Angst vor mir haben? Angst vor den erschrockenen Blicken, die meine Freunde mir zuwerfen, die zum Zuschauen verdammt sind? Aber nein, ich verspüre nur Stolz. Stolz, dass ich es war, der ihr ihre gerechte Strafe zugefügt hat. Voller Stolz betrachte ich mein Werk, drehe ihren Kopf, den Kopf einer Willenlosen in jede Richtung, betrachte mein Werk von allen Seiten. Der Tod wäre zu gnädig für dich gewesen, flüstere ich, lasse den Kopf einfach los und schaue zu, wie er hart auf dem Boden aufschlägt. Doch ihr Gesichtsausdruck ändert sich nicht, zeigt keine Reaktion. Wie sieht es jetzt aus? Hast du jetzt Angst vor einem Halbblut? Frage ich lachend und trete einmal zu, doch wieder zeigt die Frau keine Reaktion. Entschlossen wandert mein Blick zu meinen Freunden, die noch immer ungläubig zu mir schauen. Ihr Blick wandert immer wieder zu der reglosen Bellatrix, die zu einem Leben zum Dahinvegetieren bestimmt wurde. Der Auserwählte hat sie vernichtet. Doch als plötzlich ein Klatschen hinter mir ertönt, werde ich wieder wachsam, spüre, wie eine andere Person durch meinen Schutzschild tritt und sich hinter mich stellt. Bravo, Harry. Ich muss wirklich sagen, ich bin beeindruckt. Das war eine unerwartete Show, aber ich wusste schon immer, dass hinter deiner Fassade mehr steckt, als zu zeigen, du bereit warst, ertönt die kalte Stimme meiner meistgehassten Person. Mit einem unbeeindruckten Gesichtsausdrück und eisiger Kälte in meinen Augen wende ich mich der Schlangenvisage zu und trete meinem größten Feind gegenüber. Wieder kann ich im Hintergrund meine Freunde nach mir schreien hören, doch es könnte mir nicht gleichgültiger sein. Für mich zählt im Moment nur mein rasender Zorn, meine ungebändigte Wut, mein Hass, all diese Gefühle, die mich für meine Rache antreiben. Wie schön, dich zu sehen, Tom. Dein Auftritt trifft sich hervorragend, dann kann ich gleich auch mit dir abrechnen und die Welt von dir befreien, antworte ich mit kaltem Lächeln. Doch Voldemort kommentiert das alles nur mit dem Heben einer Augenbraue. Scheinbar scheint er nicht wirklich beeindruckt zu sein, mich nicht ernst zu nehmen, und das, obwohl er Bellatrix, die gekochtem Gemüse Konkurrenz macht, vor sich sieht. Ich gebe zu, ich bin beeindruckt, was du mit Bellatrix angestellt hast. Aber Harry, oh kleiner Harry, denkst du wirklich, ein 15-Jähriger, ein kleines Halbblut würde mich, Lord Voldemort, besiegen können? höhnt er mit einem schaurigen Lächeln. Doch außer Hass empfinde ich für diese Bestien nichts mehr. Keine Angst, keine Panik, nur blanke Hass. Weißt du, Tom, ich bin vielleicht ein 15-Jähriger, aber Alter ist nur eine Zahl. Schulterzuckend schaue ich zu ihm. Oder hast du vergessen, wie alt ich war, als du mich und meine Familie angegriffen hast und ich dich von deiner Macht befreit habe? fragte ich zuckersüß, während wir beginnen, einander zu umkreisen, als wären wie Raubtiere, die ihre Beute umkreisen, um anschließend zuzuschnappen. Oder wie ich den Körper deines Dieners nur durch meine Hände vernichtet habe? Wie alt war ich da? Elf? Ein Knurren ertönt von meinem Gegenüber, während er mich zornig anfunkelt. Dann war ich gerade mal zwölf Jahre alt, als ich einen Basilisten getötet habe und deine Erinnerung vernichtet habe. Und nicht zu vergessen, dass ich erst 14 war, als du letzten Sommer zurückgekommen bist und mich auf dem Friedhof töten wolltest, ich dir aber wieder einmal entkommen konnte? Unverschämtes Glück, sonst nichts, zischt er und einen Moment klingt sein Gezische fast wie sein Pasel. Kann schon sein, aber was spricht also dagegen, dass ich dich mit 15 nicht besiege? Das Glück liegt bei denen, die mutig sind, antworte ich leichtfüßig, während wir noch immer umeinander kreisen und uns nicht eine Sekunde aus den Augen lassen. Schon schockierend, wie Menschen über sich hinauswachsen können, wenn sie nur weit genug getrieben werden, ergänze ich leise, gefährlich leise. Deine Herrschaft endet heute, heute wird eine Geschichte enden und eine neue neu anfangen. Erklingt mein gezischtes Pasel, gefährlich leise, deren rotleuchtende Augen mich anfunkeln. Woher ich all diese Kraft nehme, weiß ich nicht. Vielleicht macht das der Hass, die Wut oder die Kräfte haben schon immer in mir geschlummert und nur darauf gewartet, hervorzubrechen. So, als hätten sie immer unter einer Fassade geschlummert. Zwar spüre ich deutlich Voldemorts Zorn, wie er sich durch meine schmerzende Narbe in mir verbreitet und mir Schmerzen bereitet, doch ich kann damit leben. Ich nehme all diesen Schmerz hin und habe nur noch ein Ziel vor meinen Augen. Ich muss es endlich zu Ende bringen. Du bist töricht, Harry Potter, so furchtbar töricht. Das ist der Grund, weshalb du alles verlieren wirst. Nur eine kleine Bewegung seiner Augen lässt mich erahnen, was er vorhat. Es kostet mich nur einen Gedanken und schon prallt sein ungesagter Fluch an einem Schild von mir ab, verfehlt sein Ziel, meine Freunde. Und du bist so leicht zu durchschauen, unbeeindruckt schaue ich ihn an, während ich aus dem Augenwinkel sehe, wie meine Freunde nur vollkommen hilflos und verzweifelt dem Treiben vor ihnen zuschauen können. Was ist jetzt? Willst du weiterspielen oder endlich kämpfen? Ohne auf seine Antwort zu warten, beginne ich, Zauber nach ihm zu werfen. Schon merkwürdig. Vorher konnte ich keine ungesagten Zauber, doch auch hier hat das Böse mich an eine Grenze getrieben, über die ich geschritten bin. Blitzschnell wehrt er meine Zauber ab, verschwendet keine Sekunde, mich nicht auch anzugreifen. Während die schlimmsten Zauber von ihm umherfliegen, sorgt mein Schutzschild dafür, dass meine Freunde von den Zaubern verschont bleiben. Und auch wenn ich von einigen Schneide-Zaubern und anderen dunklen Zaubern getroffen werde, so spüre ich den Schmerz nicht. Für mich gibt es nur ein Ziel, und wenn ich dabei umkomme, es könnte mir nicht gleichgültiger sein. Für mich zählt nur seine Vernichtung. Zischend treffen die Zauber ihre Ziele, und auch wenn Voldemort es nie zugeben würde, so hat auch er einen mächtigen Gegner und kein leichtes Spiel. Weißt du, Tom, warum du immer verlierst? Frage ich leise, während ich angestrengt Flüchen ausweiche und ihn gleichzeitig angreife. Du verstehst nichts von Liebe. Eigentlich könntest du mir leidtun, weil du es nie verstehen wirst. Wieder weiche ich einem Fluch aus und schicke den Nächsten auf ihn. Du hast mir alles genommen, meine Familie, einfach alles. Nur dank dir habe ich die Macht, dich zu vernichten. Nur weil du mir alles genommen hast, konnte ich die Grenze überschreiten. Tief atme ich durch und bleibe einfach stehen. Eigentlich ein fataler Fehler in einem Duell um Leben und Tod. Doch ungesagt schütze ich mein starkes Schild, während ich mich bereit mache, um meinen finalen Schlag zu tätigen, und diesen Schrecken ein für allemal zu beenden. Immer wieder krachen die Flüche von der Schlangenvisage auf mein Schild. Ein Fehler von dir reicht und du wirst verlieren, verlassen die Worte flüsternd meinen Mund, als ich kurz meine Augen schließe, nur um sie wieder zu öffnen und entschlossen, meinem Feind gegenüber zu treten. Und dann geht alles so schnell. Viele Dinge geschehen auf einmal. Dumbledore taucht im Atrium auf, schaut schockiert auf die Szene, die sich ihm bietet. Ein weiteres Rauschen ertönt und der Minister Fudge erscheint mit einer Garde Auroren, die allesamt überwältigt auf mich und Voldemort schauen, während ihnen die Farbe aus den Gesichtern fließt und sie leichenblass zurücklässt. Und während die Anwesenden machtlos alles mit anschauen müssen, stürzt sich Voldemort mit einem bestialischen Schrei auf mich. Doch ich ducke mich unter ihnen nur hinweg, ziele mit meinem Zauberstab auf ihn und rufe die zwei alles beendenden Worte aus, für alle hörbar. Avada Kedavra! Zielsicher trifft der grüne und vernichtende Strahl auf Voldemort. Schock schreibt sein Gesicht, als er auch schon tot umfällt, besiegt von einem 15-Jährigen. Schock beschreibt die allgemeine Stimmung. Schock auf den Gesichtern meiner Freunde, die sehen mussten, wie ich zwei Unverzeihliche gesprochen habe und damit zwei grundtief böse Menschen vernichtet habe. Schock auf dem Gesicht des Schulleiters, der nur noch mit ansehen konnte, wie ich den dunklen Zauberer unserer Zeit einfach umgebracht habe. Schock auf dem Gesicht von Fudge, der nun mit eigenen Augen Voldemort gesehen hat, der nun tot mit schockweiten Augen liegt, einen stummen Schrei im Gesicht. Schock im Gesicht der Auroren, die nicht fassen können, dass Voldemort wieder zurückgekehrt ist und nun tot vor den Füßen eines Kindes liegt. Und auch wenn meine Kräfte nun langsam meinen Körper verlassen, schleicht sich ein Gesichtsausdruck purer Genugtuung auf mein Gesicht. Langsam lasse ich die unsichtbare Barriere fallen und schaue zu meinen Freunden. Er, Voldemort, er war zurück, er ist tot, stammelt der Minister für Magie mit ungläubiger Miene. Gut erkannt, Minister. Hätten Sie gleich auf mich gehört, hätten wir etwas dagegen tun können. Aber Gratulation, ein 15-Jähriger hat ihren Job erledigt und Voldemort vernichtet. Und um Lestrange müssen sie sich keine Sorgen mehr machen, sie ist weich wie Gemüse, erkläre ich kalt und genieße seine überforderten Blicke. Genieße den Moment, in dem er und seine Anhänger realisieren, was sie angerichtet haben. Kurz entschlossen wende ich mich Dumbledore zu und starre nun ihn an, der noch immer zwischen mir und Voldemort umherschaut. Sie hatten Recht. Die Prophezeiung hatte Recht. Ich war der Auserwählte und habe ihn besiegt. Gut, nicht? Er ist endgültig Geschichte. Er hat zwar dafür gesorgt, dass ich keine Familie übrig habe, aber hey, ist doch nicht schlimm. Jetzt ist der Schrecken ja vorbei. Langsam wende ich mich ab und gehe auf Remus zu. Und auch wenn Remus noch immer ungläubig auf mich schaut und nicht zu verstehen scheint, was in den letzten Minuten alles geschehen ist, so stößt er mich nicht von sich, als ich mich in seine Arme fliehe und mich nun der Schwäche hingebe und vor allen Anwesenden haltlos zu weinen beginne. Am Ende hat die Prophezeiung Recht gehabt. Ich habe Voldemort mit einer Macht besiegt, die er nicht kannte. Ich wurde durch die Liebe angetrieben. Die Liebe hat mich rachsüchtig gemacht und meine Wut in Macht umgewandelt. Und nur einer von uns hat überlebt, obwohl ich nicht mehr derselbe bin. Ich bin nun nicht mehr der Auserwählte. Zwar bin ich nun eine Retter, doch für mich bin ich nun Harry. Nur Harry. Ich kann endlich mein Leben beginnen und selbst bestimmen, was ich machen werde, wer ich sein will. Ich kann endlich über mein Leben bestimmen. Endlich herausfinden, wer Harry Potter wirklich ist. Und ich kann heilen. Es ist dieser eine Moment im Leben, den jeder kennt. Der Moment, in dem man sich fragt, wer man ist, was man sein will, wie die Zukunft aussehen soll. Der Moment, der alles in Frage stellt. Der, in dem man sein bisheriges Leben reflektiert und erkennt, was man eigentlich wollte und nicht hat. Der Moment, dieser eine Augenblick, in dem man sich umentscheidet entscheidet und sein Leben selbst in die Hand nimmt. Dieser kurze Atemzug, in dem sich alles ändert. Ich habe diesen Moment genutzt und bin über meine Grenzen hinausgegangen. Ich habe meine Augen vor den anderen geändert und bin einen unbestimmten Weg gegangen, um mir selber einen Weg in dieser Welt zu ebnen. Der eine, mit der Macht, den dunklen Lord zu besiegen, naht heran. Jenen geboren, die ihm dreimal die Stirn geboten haben, geboren, wenn der siebte Monat stirbt. Und der dunkle Lord wird ihn als sich ebenbürtigen kennzeichnen, aber er wird eine Macht besitzen, die der dunkle Lord nicht kennt. Und der eine muss von der Hand des anderen sterben, denn keiner kann leben, während der andere überlebt. Der eine mit der Macht, den dunklen Lord zu besiegen, wird geboren werden, wenn der siebte Monat stirbt. Die Prophezeiung wurde erfüllt, wenn auch anders, als manche gedacht haben. Und wenn ihr wissen wollt, was danach geschehen ist, nun ja, die Geschichte beginnt mit dem Ende einer alten. Nox. Hat dir diese Folge gefallen? Schreib mir das doch super gerne in die Kommentare. Ich freue mich von dir zu hören und hoffe, dir geht es gut. Bis zur nächsten Geschichte. Deine Jana Deine Jana Deine Jana Untertitelung des ZDF, 2020